Ja moin, in diesem Video geht es darum, wie wir mit PowerShell Event Logs unter Windows auslesen und schreiben können. Also ich meine die Ereignisanzeige, die wir finden, wenn wir zum Beispiel mit Rechtsklick auf den Windows Start Button klicken und dann auf Ereignisanzeige gehen. Und hier gibt es dann einmal Windows Protokolle, da finden wir die klassischen Event Logs und mittlerweile gibt es ja auch noch zahlreiche weitere Event Logs, ganz viele Systemeigene gibt es dann hier unter Anwendungs- und Dienstprotokolle, Microsoft, Windows und dann hier halt zu verschiedenen Apps und Diensten die einzelnen Logs. Grundsätzlich sind viele Event Logs auch mit normalen Benutzerrechten aufrufbar, aber damit ich jetzt hier wirklich alles sehen kann, starte ich meine PowerShell mit Admin Rechten. Und interessanterweise gibt es zwei verschiedene Befehle, mit denen wir Event Logs in der PowerShell abrufen können. Der klassische Befehl ist get-event-log, wobei der heutzutage nicht mehr so wirklich empfohlen wird, weil wir damit nämlich nur auf die klassischen Event Logs zugreifen können. Also jetzt hier auf die unter Windows Protokolle. Anschließend gebe ich noch den Parameter LogName mit und dann den Namen des Logs, den ich abrufen möchte. Ich schaue mir einfach mal System an. Und damit es nicht zu unübersichtlich jetzt hier wird in der Konsole, zeige ich mir mit Bindestrich newest und dann dem Wert 1 nur den neuesten Eintrag im Log an. Ich sehe dann hier verschiedene Eigenschaften von diesem Ereignis und diese Instance-ID hier, bei mir die 16, das ist die Event-ID. Also wenn ich das jetzt vergleiche mit meinem Ereignis-Log, dann sehe ich jetzt hier einen Eintrag mit der Ereignis-ID 16. Aber wie gesagt, unter modernen Windows-Systemen wird stattdessen eigentlich get-win-event empfohlen, also nicht get-event-log verwenden. Auch hier kann ich mit Bindestriche LogName den LogNamen angeben und hier heißt dann die Begrenzung der Rückgabe maxEvents und nicht newest. Aber dann kann ich hier auch 1 eingeben und kriege dann hier den neuesten Eintrag zurückgeliefert. Wenn wir uns nochmal beide Varianten anzeigen, dann sehen wir auch, dass die Darstellung, die Rückgabe ein bisschen anders ist. Und zum Beispiel die Message konnte jetzt mit dem alten get-event-log gar nicht abgerufen werden. Aber ich kann mit get-win-event natürlich auch mehr als nur ein Ereignis gleichzeitig abrufen. Ich könnte also zum Beispiel bei maxEvents entweder einen anderen Wert eintragen, zum Beispiel 3, damit ich 3, die neuesten 3 Einträge zurückgeliefert bekomme. Oder ich lasse diesen Zusatz einfach komplett weg. Also wenn ich den jetzt weglösche und dann sage nur LogName System, dann kriege ich hier natürlich eine etwas längere Ausgabe. Und die jetzt einfach so in der Konsole anzuzeigen, ist vielleicht nicht so sinnvoll. Wenn wir uns alle Infos zu einem Event anzeigen wollen, dann pipen wir das Ganze am besten einmal in Select Object und dann Stern. Und ja, dann sehen wir hier die verschiedenen Eigenschaften. Message wird mir tatsächlich der Text angezeigt und die ganzen anderen Infos sehe ich dann hier auch. Ich könnte also genauso gut auch dieses Ereignis in eine Variable laden, um dann mit den einzelnen Eigenschaften zu interagieren. Was wir auch noch machen können, ist nicht nur die neuesten X-Events abrufen, sondern wir können auch die ältesten Events abrufen. Also wenn ich sage maxEvents 3, okay. Und dann Bindestrich oldest, also die ältesten, dann kriege ich halt die ältesten 3 Events zurückgeliefert. Beziehungsweise jetzt hatte ich es in die Variable geladen und wenn ich das weglasse, dann kriege ich hier direkt meine Rückgabe. Einträge an sich haben wir jetzt abgerufen aus dem Event-Blog. Wie können wir die jetzt aber weiter filtern? Eine einfache, aber ein bisschen langsame Möglichkeit wäre, wenn wir die Rückgabe von GetWinEvent einfach in WhereObject reinpipen. Also hänge ich hier hinten das Pipe-Symbol ran und dann WhereObject, geschweifte Klammern. Und dann zum Beispiel vom aktuellen Item die TimeCreated-Eigenschaft soll größer oder gleich sein als GetDate, AddDays, minus 1. Also dass wir das aktuelle Datum minus einen Tag nehmen und dann noch mit Bindestrich and sagen wir auch nochmal, dass die ID eine bestimmte ID sein soll, zum Beispiel die 15. Ja, dann kriege ich hier meine Ereignisse zurückgemeldet. Allerdings ist es ja grundsätzlich empfohlen, weiter links in der Pipe zu filtern und nicht hinten zu filtern. Das heißt also, wenn unser ursprüngliches Commandlet eine Filtermöglichkeit bietet, dann ist es meistens besser, die auch zu verwenden. Und tatsächlich bietet GetWinEvent da auch eine. Ich lasse das hier nochmal in der obersten Zeile zum Vergleich stehen. Und die Variante, die wir ansonsten jetzt machen könnten, wäre mit einer sogenannten Filter-Hashtable. Genau so heißt dann nämlich der Parameter, den wir verwenden. Und dann als Wert weisen wir eine Hashtable zu. Also hier eingeleitet mit der Schreibweise Add und dann geschweifte Klammern. Und dann, ich habe es jetzt hier für die Lesbarkeit gemacht, das Ganze mehrzeilig geschrieben. Aber theoretisch kann man es dann auch eindampfen, dass es alles auf eine Zeile geht. Allerdings muss man dann die einzelnen Parameter immer mit einem Semikolon trennen. Jetzt hier mit der Schreibweise, dass alles in einzelnen Zeilen ist, da ist das dann nicht notwendig. Gut, dann schreibe ich also Logname gleich Application. Das ist dann also so wie hier, die Filterung mit dem Logname, klar. Und dann filter ich nach der Start Time, nämlich dass dort das Datum jetzt minus ein Tag sein soll und die Event-ID 15. Und dann führe ich das Ganze aus und dann kriege ich hier meine Rückgabe. Und nochmal zum Vergleich, wenn ich alles in eine Zeile schreiben würde, dann würde das ungefähr so aussehen. Es gibt theoretisch auch noch eine weitere Filtermöglichkeit mit so einem Filter X-Path, aber ich bin damit nicht so richtig warm geworden. Aber wisst ihr, auf jeden Fall gibt es theoretisch und wenn ihr das verwenden wollt, viel Spaß. Aber ich persönlich finde da die Variante mit der Filter-Hashtable am besten. Okay, jetzt haben wir Einträge aus verschiedenen Logs abgerufen. Aber welche Logs gibt es denn eigentlich alle noch? Auch das können wir uns natürlich in der PowerShell anzeigen lassen. Dazu verwenden wir auch GetWinEvent und dann sagen wir BindestrichListLog, also nicht LogName, sondern jetzt wollen wir eine LogListe haben. Und dann gebe ich einfach Stern ein, damit mir alle Logs aufgelistet werden. Übrigens, wenn ihr das jetzt ohne Admin-Rechte ausführt, dann werdet ihr da wahrscheinlich den ein oder anderen Zugriffsfehler in der Liste haben. Alternativ dazu, wenn wir schon ein Ereignislog in der GUI uns rausgesucht haben, welches wir dann in der PowerShell verwenden wollen, dann geht das auch. Den korrekten Bezeichner können wir uns dann raussuchen, indem wir einmal das Ereignislog nehmen und dann Rechtsklick Eigenschaften uns ansehen. Das steht dann hier als vollständiger Name. Oder wenn wir in dem Log schon drin sind, dann sehen wir das hier unter Protokollname. Das heißt, den könnte ich mir dann einfach kopieren. Wenn ich mir dann in der PowerShell alle Infos zu einem bestimmten Log anzeigen lassen möchte, dann kann ich das auch mit dem ListLog-Parameter machen und dann gebe ich den Namen meines Logs an und pipe mir das Ganze einfach in SelectObject und dann Sternchen rufe ich mir wieder alle Eigenschaften ab. Und dann sehe ich hier zum Beispiel die aktuelle Größe des Logs, die Maximalgröße, die für das Log hinterlegt ist, wo das Ganze im Dateisystem liegt und so weiter. Und wir können per PowerShell natürlich auch die Einstellungen zu einem Log anpassen. Dafür lade ich mir erstmal einen Log in eine Variable, die nenne ich einfach $log. Und dann kann ich hier natürlich genauso auch wieder auf alle Eigenschaften zugreifen. Zum Beispiel Maximum Size in Bytes und dann sehe ich hier, das ist die dort hinterlegte Größe. Wenn jetzt absehbar ist, dass ich da mehr loggen möchte, dann könnte ich diese Größe auch erhöhen. Das heißt, dafür nehme ich einfach diese Eigenschaft und weise da einen neuen Wert zu. Ich könnte dafür zum Beispiel einfach den vorherigen Wert nehmen und dann hinten noch eine 0 dranhängen. Oder ich sage, ich möchte zum Beispiel Log.MaximumSize in Bytes nehmen und dann einfach mal 2. Wenn ich mir die Eigenschaft dann nochmal ansehe, dann sehe ich, das ist jetzt doppelt so viel. Cool. Allerdings ist das Ganze jetzt noch nicht gespeichert. Wir haben das jetzt nur in einem Objekt in der PowerShell drin stehen. Das heißt also, wenn ich jetzt in die Ereignisanzeige reingehe und mir dann nochmal die Eigenschaften von einem Log ansehe, dann sehe ich, ich bin jetzt hier noch bei 1028 KB und nicht bei irgendwas mit einer 2 am Anfang. Um das Ganze nämlich noch zu speichern, muss ich dann nämlich noch die Save Changes Methode aufrufen. Also einfach Punkt Save Changes und dann Klammer auf, Klammer zu und einmal Enter. Und wenn wir uns dann jetzt nochmal das Ganze anschauen, dann sehen wir, das ist jetzt tatsächlich verdoppelt. Das letzte Thema in diesem Video, wie können wir denn jetzt eigene Event Logs schreiben? Das ist leider gar nicht so einfach. Ganz am Anfang des Videos hatte ich ja den Get Event Log Befehl gezeigt, der nicht so empfehlenswert ist. Mit dem Äquivalent dazu, Write Event Log, können wir allerdings ziemlich einfach eigene Event Logs schreiben, aber das dann halt wieder nur in dem System, Application und so weiter. Also Write Event Log, gebe den Log Name ein, Application und dann eine Source, also eine Quelle. Und die können wir uns leider jetzt hier nicht einfach frei ausdenken, sondern da müssen wir uns eine raussuchen, die es schon gibt. Also zum Beispiel jetzt hier, Defrag. Allerdings ist das noch nicht der korrekte Name. Den können wir hier unter Details sehen. System. Und hier ist dann der richtige Provider Name. Microsoft-Windows-Defrag. Also gebe ich das ein. Microsoft-Windows-Defrag. Dann Binnenstrich EntryType, den Typ meiner Meldung. Ich mache einfach eine Info, kein Fehler, keine Warnung. Dann noch eine Event ID, da nehme ich mal 9001. Und dann eine Message. Das hier ist ein Test. Gut. Und wenn ich dann in mein Event Log reinschaue, dann sehe ich, da ist jetzt ein Eintrag drin. Allerdings ist jetzt hier nicht direkt unter Message mein Text drin, sondern halt noch so ein Zusatz. Hier diese Ereignis-ID wurde nicht gefunden, denn Ereignis-Log ist da ein bisschen komplizierter. Da gibt es dann eigentlich so solche Templates, die dann genau definieren, was halt außenrum steht in der Meldung. Und dann werden nur einzelne Werte durch den Provider dann wieder eingefügt. Allerdings ganz unten sehe ich dann hier doch nochmal meine Testnachricht. In der Detailansicht sehe ich das dann auch nochmal. Aber das ist jetzt halt nicht so gut dazu geeignet, einfach direkt in eigene PowerShell-Skripte einfach mal so ins Event Log reinzuschreiben. Also es ist natürlich auch möglich, eigene Provider anzulegen, aber ich fand das jetzt zumindest nicht so sinnvoll, das mit der klassischen Vorgehensweise zu machen. Wenn ich jetzt mit dem modernen New Win Event einen Ereignis-Log-Eintrag erzeugen möchte, dann muss ich mir immer vorher das Template ansehen, damit ich weiß, welche Parameter ich mitgeben kann. Zunächst einmal verwende ich dafür wieder GetWinEvent und dann Bindestrich ListProvider und dann meinen Provider-Namen. Ich mache das jetzt einfach mal für das AAD-Log und gucke hier rein. Und dann sehe ich hier in den Details das hier Microsoft-Windows-AAD. Das wäre mein Provider. Den füge ich mir also ein. Und dann setze ich das Ganze einmal in runde Klammern und gebe dann Punkt Events an. Dann kriege ich alle Ereignisse zurückgeliefert, die dieser Provider kennt. Da das aber zu unübersichtlich ist, filter ich das Ganze nochmal. Das heißt, ich pipe mir das Ganze in where object und sage dann, ich hätte gerne nur die eine ID, die ich auch schon kenne. Also hier von dem Eintrag 1097. Also sage ich where ID equals 1097. Und dann ist hier zu erkennen, das Ganze ist so ein XML-Template. Und hier gibt es dann drei Parameter, die wir mit angeben können, nämlich Error, Error Message und Additional Information. Und diese Parameter, die haben dann auch immer einen bestimmten Typ, der da erwartet wird. Um jetzt so einen Log-Eintrag zu erzeugen, müssen wir uns erstmal einen Payload bauen. Das ist einer der Parameter, die erwartet werden. Das heißt, ich nehme mir eine neue Variable, nenne die einfach mal Payload. Und da kommt jetzt ein Array rein. Also add und dann runde Klammern. Also dann als ersten Wert meine Error ID. Dann nehme ich einfach mal 1, 2, 3, 4, 5. Dann Komma und den nächsten Parameter. Das ist dann die Error Message. Also schreibe ich einfach mal rein. Irgendwas, Random Error. Und der letzte Parameter wäre dann ja Additional Information. Und da gebe ich dann hier einfach mal ein Kanal abonnieren. Und einfach abgespeichert in meiner Variable. Und um jetzt den Log-Eintrag wirklich zu erzeugen, verwende ich New Win Event. Sag dann Provider Name. Füge da nochmal wieder meinen Provider Name ein. Gebe dann meine ID mit. Also 1097. Dann Binde Strich Payload und dann eine Referenz zu meinem Payload, der ja in $Payload steckt. Und Enter. Und dann aktualisieren wir uns das hier einmal im Ereignis Log. Und dann sehe ich hier tatsächlich meinen Random Error. Also so könnten wir dann einen bestehenden Ereignis Log Provider verwenden und ihn dann da so ein bisschen missbrauchen und halt eigene Log-Nachrichten da reinschreiben. Ich würde sagen, das ist nicht unbedingt empfehlenswert, sondern eigentlich macht es mehr Sinn, entweder einen eigenen Ereignis Log Provider zu erstellen oder einfach anders zu loggen. Also zum Beispiel in eine Textdatei. Wenn euch das interessiert, wie man so einen Provider definieren könnte, dann schreibt gerne mal einen Kommentar. Dann können wir uns das gerne in einem anderen Video auch nochmal ansehen. Und ansonsten war es das für dieses Video. Im nächsten Video zeige ich euch dann was zum Signieren von PowerShell-Skripten. Das Video verlinke ich einmal hier. Die Playlist zum gesamten kostenlosen PowerShell-Kurs hier auf YouTube verlinke ich hier drüben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Like hier auf YouTube da, bei Fragen oder Feedback. Schreibt gerne einen Kommentar drunter. Und vielen Dank fürs Reinschalten. Ciao.